Shiro Tsori Omosako 40 cm Nisai weiblich sehr interessanter Shiro hat bläuliche Sumi schöne Flotten oder ein Ansatz von Motoguro also das wird noch kommen denke ich und einen sehr langen Kopf breiten Kopf vorne kriege ich da noch eine Kopfzeichnung sieht man hier gut das wird eine interessante Zeichnung bekommen zum Schluss jetzt warten wir mal bis die Sumi rauskommt Schneeweiß sind die nicht weil wir ziemlich viel füttern und da ist auch Farbfutter dabei weil auch Chaco mit hinterm Becken sind also Weiß geht da erst wenn es normale Futterration gibt